hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von edf 2 und heute fahren wir und so ich von kroningen nach am medizinischen stoff so das ist wie ihr seht der neue daf herausgekommen ist hier seht ihr nichts mehr die spiegel sind nicht mehr außen und hier ist alles jetzt digital das heißt wenn ich die zündung an machen dann seht ihr die spiegel der motor ist auch ganz leise so fahren wir demnächst rechts abbiegen was kommen wir jetzt auch wieder mehr videos die nach rechts haben sich ja schon angekündigt es ist rot so seht ihr den motor bin ich mir rechts halten und dann rechts abbiegen so wir suchen noch dringend personal fahrer fahrerin das können event manager wir suchen noch noch konvoi fahrer suchen wir Konvoi-Planer, alles mögliche. Aber das könnt ihr ja auch auf der Webseite lesen. Eigentlich wollte ich schon früher wieder Videos machen. Aber da ich so viele Arbeiten in der Schule jetzt geschrieben habe, da ging es leider nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, fange ich wieder am 5.7. an, wie angekündigt. Und ja, das geht jetzt so insgesamt bis zum 16.7. erstmal. Und dann muss ich halt wieder neu planen. Ich denke danach, die Woche kommen wieder Videos, aber das tue ich ja alles wieder an Bändern ankündigen. Jetzt kommt erstmal... Oh, so. Ich habe euch gezieht gestern. Das wollte ich nicht. 2 Videos, also 12 Tage. Und ja, dann danach kommt dann noch mehr. Also jeden Tag, jeden Tag ein Video. Und ja, ich habe bis jetzt Corona gut überstanden. Ich hoffe ihr auch. Also ich hatte noch ein Corona, sagen wir mal so. So, das können wir eigentlich so machen. Seht, da ist Display. My copy. Bitte rechts halten. Okay. Ja, dann ist das so. Ja, dann ist das so. Ja, dann ist das die zweite Tre�... Ich habe Angst, ich habe nicht. Das hier. Ich habe Angst, dass du ein Lang als ... ... ... ... ... und er verbraucht noch sehr wenig so 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 Bitte links halten. Bisschen aufbremsen, jetzt geht es doch wieder. Okay, 130 Kilometer sind es noch. Oh no. Oh no. So. Oh no. 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 Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind fertig. Bis zum nächsten Mal. So, ich will da dann auf den Baden machen. So, ich will dann mal... Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und macht natürlich einen Daumen nach oben. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.